Hallo, mein Name ist Yolanda und ich lerne Deutsch in Alcalá de Nárez. Ich bin jetzt in meinem Lieblingsort, Majore Strasse. Dies ist die Hauptstadt in Alcalá de Nárez. Und ich finde es sehr interessant, weil es gibt viele Geschäfte, Cafés und Wackereien. Ich habe diese Ecke gewählt, weil diese Wackerei kaufe Yves Costada, mein Lieblingsort. Ich glaube, es ist ein sehr interessantes Ort zu spazieren, zu gehen oder mit Freunden etwas zu trinken. Als ich an der Universität studierte, war ich oft mit meinen Freunden hier. Deshalb ist es ein wichtiges Ort für mich. Wenn Sie nach Alcalá kommen, müssen Sie diese Straße besuchen. Es ist eine der Straßen mit mehr Säulen in Europa. Tschüss!